Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Das ist ein weiteres Video der IP Adapter V2 Update Serie und in diesem Video gucken wir uns mal die Embeds an. Das ist wieder eine Funktionalität, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe und die uns wieder sehr viele Möglichkeiten bietet, Dinge zu tun. So, wir springen mal direkt rein. Ich baue uns erstmal einen Default Workflow zusammen. Ich hätte die Bilder gerne unter IPA V2 Embeds gespeichert. Das können wir schon mal größer machen. Im Sampler selber werde ich den Seed 6 nehmen, stelle das auf Fixed. Die CFG hätte ich ganz gerne auf 7. Sampler nehme ich DPMPP 2M und Scheduler Karas. Damit sollten wir ganz gut laufen. Was wir später brauchen als Prompting ist A Painting of a Woman. Also relativ easy gehalten. Und hier unten natürlich noch ein paar Negatives reingeballert. Gut. Als Model hätte ich gerne das Epic Realism. So, schieben wir uns das mal ein bisschen zurecht. Und damit können wir dann auch schon starten. Die Embeds sind das, wenn ihr euch an die alte Version vom IPA erinnert, das, wo wir sehr viele Bilder reinstecken konnten. Also diese Note mit diesen sehr vielen Image Inputs. Und das ist jetzt das, was wir unter IPA Embeds kennen. Und um das anzuwenden, nehmen wir uns erstmal alles raus, was wir brauchen. Wir brauchen einmal natürlich den IP Adapter selber dafür. Da können wir schon mal das Model hier unten reinhängen. Ansonsten lassen wir die Einstellungen erstmal, wie sie sind. Dann brauchen wir die Combine Embeds. Hier sehen wir schon wieder die Ähnlichkeit zu der alten Note, wo wir Bilder reinhängen konnten. Aber jetzt sind es Embeds. Hier können wir schon mal die ganzen kombinierten Embeds mit dem Positive Embed des IPAs verbinden. Und wir brauchen noch die sogenannten Encoder. Das sind die IP Adapter Encoder. Und die funktionieren sehr einfach erstmal. Wir müssen hier von unseren Positives und Negatives, müssen wir eigentlich nur das Positive in einen dieser Embed Inputs reinhängen. Und sind schon fast fertig zum Start. Natürlich brauchen wir auch einen Unified Loader. So, der die Sache einfach macht. Wir hängen unser Model hier vorne schon mal rein. Ich nehme den Plus. Dann hängen wir das Model vom Unified Loader in den IPA rein. Wir hängen den IP Adapter in den IPA rein. Also aus dem Loader hier rein. Und unsere Encoder Note braucht den IPA auch. Und da wir mehrere brauchen, würde ich das gerne direkt so machen. Wir nehmen hier einen Reroot. Hängen den hier rein. Weil zum Mischen vom Embeds brauchen wir natürlich zwei davon. Das heißt, wir verbinden die so miteinander. Nehmen auch hier das Positive raus. Hängen das hier rein. Und sowas triggert mich. So, jetzt gefällt es mir schon besser. Und was wir jetzt natürlich zum Mischen von Stilen brauchen, sind noch zwei Bilder. Das heißt, wir nehmen uns zwei Load Image Notes, hängen die hier rein und sind schon mehr oder weniger startklar. Was ich hier nehme, ist einmal dieses Bild und einmal dieses Bild. Also einmal ein Gemälde von Van Gogh und unser Woman with Dirty Face. Und eigentlich sind wir schon startklar, wenn ich das richtig sehe. Ich drücke einmal auf Start. Jawohl. Da geht es schon los. Und wie wir sehen, haben wir jetzt schon eine Mischung der beiden Bilder. Im Hintergrund kann man das so ein bisschen sehen, weil hier ist so ein bisschen die Sonne angedeutet. Hier ist, die beiden Bilder wurden miteinander vermischt, beziehungsweise die Stile der Bilder. Der IPA beschreibt ja die Bilder, die er sieht. Natürlich können wir hier nach wie vor auch Prep Image for Clip Vision noch dazwischen hängen, um zu markieren, welchen Bereich des Bildes wir gerne interpretiert haben würden. In dem Fall macht es jetzt nicht so viel Unterschied, das hier oben ist schon gecropped in einem Verhältnis 1 zu 1. Das hier unten ist ein bisschen breiter als hoch. Hier könnte man theoretisch noch sagen Center, aber Top ist in dem Fall sowieso Center. Es wird automatisch gecropped. Aber wir lassen die Notes mal drin. Das bräuchten wir nicht, wenn wir nur 1 zu 1 Varianten haben, außer wir wollen natürlich das Sharpening anwenden. So, sollte sich auch nicht allzu viel tun hier. Wir gucken nochmal. Ja, genau. Jetzt gibt es ein paar Besonderheiten. Zum einen sehen wir hier, dass wir das Negative Embedding gar nicht brauchen. Wir können es aber verwenden. Und zwar, indem wir einfach aus einer der IP-Adapter-Encoder-Nodes das Negative rausnehmen und hier reinhängen. Es wird am Bild selber nichts ändern. Allerdings, intern verbraucht es ein bisschen weniger Rechenpower. Also, die Bildgenerierung wird ein Ticken schneller dadurch. Und, wo wir gerade auch von Performance und Leistung sprechen, Auch hier die Methods, wie die Embeds miteinander kombiniert werden, haben darauf Einfluss. CONCAT hängt nämlich die Embeds unserer beiden Bilder hintereinander. Das heißt, wir haben, da kann man davon reden, ein größeres Embedding, was wir reinschmeißen. Und dadurch, dass es ein größeres ist, dauert die Rechenzeit auch ein bisschen länger. Beziehungsweise die Systemanforderungen sind höher. Wenn wir eins der anderen hier nehmen, dann muss man sich das so vorstellen, dass die Embeddings beider Input-Bilder miteinander kombiniert werden. Also stellt euch beim CONCAT in unserem Fall zwei Blöcke, die hintereinander hängen, vor. Und bei den anderen einen Block, der die Mischung aus beiden enthält. Deswegen ist auch Normalized Averaged eine ganz gute Variante, die Embeddings zu benutzen. Wir sehen, wir kriegen hier eine ganz gute Mischung. Wir können aber auch Average oder Add benutzen. Auch das ist dem Ganzen zuträglich. Das ist schon eine ganz gute Mischung. Und wir sehen, dass auch auf unser Bild der Frau der Stil von Van Gogh angewendet wird. Ich bleibe aber jetzt nochmal bei CONCAT, weil ich möchte noch ein bisschen was mit den Masken zeigen. Wir haben nämlich auch die Möglichkeit, Masken drauf anzuwenden. Das sehen wir hier. Das sehen wir aber auch hier. Und hier gibt es einen Unterschied. Das hier sind Clip Vision Masks. Das heißt, wenn wir eine Maske hier reinschicken, dann sagt es dem Encoder, dass er sich nur auf die maskierten Bereiche fokussieren soll mit seiner Beschreibung. Das hier hingegen ist eine Attention Mask. Das bedeutet, wenn wir hier eine Maske reinschicken, sagen wir dem Sampler, an welcher Stelle er das Bild den Neusen soll. Da ist ein Unterschied. Also hier kriegen wir sozusagen eine maskierte Beschreibung oder eine Beschreibung der maskierten Bereiche. Hier sagen wir dem Sampler, welchen Bereich er beim D-Neusen erzeugen soll. Und das Ganze möchte ich euch jetzt mal eben zeigen. So, wir gehen jetzt mal hin. Öffnen das hier im Maskeditor. Und ich maskiere einmal unser Foto von der Frau und sage Save to Note. Gucken, dass ich alles erwischt habe. Ja, größtenteils. Okay. Jetzt können wir hier sagen, wir möchten ein Mask Blur anwenden. Das ist auch empfohlen. Also die Maske einmal ein bisschen weich zu zeichnen. Und diese Maske hängen wir dann hier hinten rein. So. Wir lassen es einmal laufen. Und was wir sofort sehen können, ist, dass sich jetzt die Beschreibung des Gesichts von der Beschreibung des Stils des Bildes im Hintergrund ein bisschen abgesetzt hat. So. Das ist auch praktisch für Folgendes. Sagen wir jetzt mal, wir möchten einmal die Mona Lisa nehmen. Auch hier. Ne, wir lassen es erstmal laufen. Weil bei der Mona Lisa, wenn wir das Bild jetzt hinzunehmen, da ist natürlich der Fall eingetreten, dass wir zwei Gesichtsbeschreibungen kriegen. Wir kriegen einmal die Beschreibung hier oben von unserer Woman with a Dirty Face. Und wir kriegen die Beschreibung des Gesichts der Mona Lisa. Und da können wir die Masken auch ausnutzen, indem wir sagen, wir möchten das einmal im Maskeditor öffnen. Wir nehmen hier das Gesicht der Mona Lisa raus. Vielleicht auch ihre Haare. Ne, das ist, das landet nämlich alles in den Beschreibungen. So, wir nehmen das Gesicht einmal raus. Jetzt habe ich eben gesagt, es wird nur der maskierte Bereich genommen. Das heißt, wir müssen die Maske natürlich auch einmal umdrehen. Ich mache hier auch einen Mask Blur und ich mache einen Invert Mask. So, damit drehen wir das um und sagen, in diesem Encoder hier, nimm alles, was nicht von uns maskiert wurde. Und wenn wir das jetzt einmal laufen lassen, dann sehen wir, dass sich die Beschreibung unserer Woman with a Dirty Face deutlich abhebt vom Hintergrund. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch eine Beschreibung beider Stile in diesem Encoding. Jetzt haben wir hier aber noch Concert stehen, aber wenn wir hier mal auf Normalized Average stehen, dann wird das alles ordentlich durchgemischt. Aber für den Fall dieses Videos möchte ich gerne auf Concert bleiben. Ich stelle das nochmal her. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen mit den Masken. Ich habe hier auch eine Variante. Das ist die normale Mona Lisa. Es ist schlecht, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir möchten hier mit dem Prep Image for Clip Vision den oberen Bereich des Bildes nehmen, also diesen hier. Ich kann hier einmal den Sampler ausschalten und wir gucken uns das mal an, was hier rauskommt. So. Wir kriegen zugeschnitten im 1 zu 1 Format den oberen Bereich dieses Bildes. Wenn ich jetzt hier allerdings eine Maske drauf anwende, so und ich sage, wir wollten auch in diesem Fall hier einmal das Gesicht rausnehmen und wir würden das so reinschicken. Ich hänge uns mal hier eine Preview Mask daneben. So. Dann sehen wir die Diskrepanz. Was wir jetzt nämlich sehen können, ist, dass unser Bild 1 zu 1 ist und die Maske im Original Format wie unser Input Bild ist. Deswegen, wenn ihr mit Masken arbeiten wollt, croppt euch das Bild zurecht, so wie ihr es haben wollt. Oder wenn ihr sowas wie die Image Preview Bridge benutzt dazwischen. Das ist also, äh, habe ich die noch? Preview Bridge. Ja, diese hier. Äh, dann hängt ihr euch hier hinter das, ähm, Prepare Image for Clip Vision und maskiert dann da drauf. Auf jeden Fall darauf achten, dass die Formate gleich sind. So, ich räume hier nochmal auf. Wir nehmen nochmal die Mona Lisa cropped. Mask Editor. Ich stelle den alten Zustand nochmal wieder her. So, einfach so ein bisschen hier drüber schmieren. So. Äh, was hat er jetzt? Welche Outputs fehlen? Achso, natürlich, wir hören den Sampler nicht an. Ne, das, das müsst ihr hier so ein bisschen beachten. So, jetzt haben wir wieder diesen Zustand hergestellt. Was wir auch machen können, vielleicht erinnert ihr euch damals, wir hatten ja immer diesen Noise-Regler, ne, womit wir ein bisschen mehr, äh, Noise hinzugeben konnten. Und dadurch die Qualität des Bildes noch ein bisschen mehr pushen konnten. Der Noise-Regler ist komplett verschwunden. Was wir allerdings haben, ist im IP-Adapter-Ordner die IP-Adapter-Noise. Und hier erinnern wir uns, falls ihr die Videos von vorher geguckt habt, hiermit können wir uns Rauschen erzeugen. Ich stelle das mal auf Shuffle, das ist der alte Algorithmus, der auch damals in den Slidern verwendet wurde, und nehme eine Stärke von 0,4. Und was wir jetzt hiermit nämlich machen können ist, wir nehmen das einfach als weiteres Encoding. Das heißt, wir ziehen hier eine IP-Adapter-Encoder-Note raus, verbinden den IP-Adapter hier vorne, nehmen das als Eingangsbild. Und jetzt wird es ein bisschen strange, weil jetzt müssen wir nämlich das Positive-Embedding aus unserem Noise-Encoder, sage ich mal, in das Negative-Embedding unseres IP-Adapter-Embeds reinschmeißen. Und wenn wir das dann laufen lassen, dann sehen wir, dass wir die Qualität des Bildes damit wieder etwas pushen können. So, und weiterhin haben wir natürlich auch dann immer noch die Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn ich mal sage, das mache ich jetzt blind, das habe ich nicht im Vorfeld getestet, Acute-Cat, und ich sage, ich möchte ein Reverse-In-Out machen, dann kriegen wir auch hier wieder ein bisschen mehr Platz fürs Prompting und können alles Mögliche verwenden und kombinieren, was wir jetzt hier so haben. Wir haben jetzt hier immer noch weiterhin den Concert, wir können jetzt mal sagen, wir wollen das Averagen, habe ich eben drüber gesprochen, mit Reverse-In-Out, dann bekommen wir solche Varianten. Ich sehe jetzt nicht mehr viel die Mona Lisa hier drin, wir können ja nochmal eben wieder zurückgehen auf Van Gogh. So, dafür brauchen wir natürlich keine Maske mehr. Und ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe die Masken gelöscht, beziehungsweise das Blur und das Invert hier unten, was hier war. Passt ein bisschen dabei auf, weil, wie ihr seht, hat sich jetzt nämlich hier der Connector der Maske aus dem Load-Image mit dem IP-Adapter-Encoder-Input verbunden. Die Maske muss natürlich weg. Wenn ich das jetzt laufen lasse, haben wir nämlich den Effekt, dass dieses Bild gar nicht mehr berücksichtigt wird. Warum? Weil wir eine leere Maske mitschicken. Und leere Maske bedeutet in dem Fall, der Encoder beschreibt nichts aus diesem Bild. Nehme ich diesen Connector hier wieder raus, kriegen wir etwas ganz anderes. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte aber hier oben von diesem Bild weniger Einfluss haben, drehe ich einfach hier ein bisschen das Weight dieses einzelnen Bildes runter. Probieren wir es mal mit 0,5. Dann müssten wir jetzt ein bisschen mehr Van Gogh-Stil kriegen. Ich weiß nicht, ob Van Gogh solche Katzen-Gemälde gemalt hätte. Keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht sagen. Ich nehme das nochmal raus, sage nochmal linear, um einfach nochmal das Weighting zu zeigen. Ja. Das sieht schon mehr danach aus, finde ich. Ja, das sind die Embeds. Wie gesagt, wir haben viele Möglichkeiten. Vor allem auch hier dann wieder in Kombination mit den Weight-Types hier oder den Methods, wie die Embeds kombiniert werden. Und natürlich hier, wie wir das Weighting angeben können. Wir können es auch über 1 pushen. Haben wir noch nicht gemacht. Und wir kriegen, wie gewohnt, sehr, sehr coole Bilder raus. Wobei wir sehr flexibel in der Sache sind, wie wir unsere verschiedenen Stile hier anwenden können. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und beim Rumspielen und Rumexperimentieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich weiß noch nicht, was ich mir auspicke, ob ich mir den IPA-Tile nehme oder den IPA-Batch. Aber auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Und bis dahin macht es gut und Tschüss.